Jetzt sehen wir zum ersten Mal einen Armaturenwechsel. Das stimmt doch nicht. Ich bin dran. Ich bin die drei. Ich hab doch gesagt. Ich hab doch gesagt. Pungel los. Da regnet sich einer. Uuuuh! 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 Das ist der Kumpel. Geht doch gerne, Herr Böbel. Zweimal. Kücken, du bist doch dein Rad dran. Uuuuh! Uuuuh! BANG! BANG! Also doch kein Armaturenwechsel. Schade. Haben wir das. Ich schade. Das ist alles. Das ist doch ein Blödsinn. Das ist so gut. Das ist schon mal Jangka. Das ist aber auch schon. Ich hab die Pistole 1. Zu gut. Das ist aber nicht. Ja. Ja, Taurus und Blumerus. Wunderbar. Gegen Pumillus Provokator. Fertig. Pugnate! 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 Egal. Kommen wir los. Victor.